Ja, Harry sagt Hallo zum Harry Spezial, heute am Strand gesehen, den 25. Januar 2022 und hier ist Bewegung. Die Dünen sind so weit ans Wasser gekommen, durch die normale Bewegung, dass man hier eine Abbruchkante an den Dünen hatte und es war schwierig hier beim Hochwasser zu laufen oder auch zu fahren. Man muss ja immer im Ernstfall auch eine Fahrspur hier haben. Und so sind heute zwei Radlader unterwegs, die jetzt hier wieder wie jedes Jahr irgendwann mal in dieser Jahreszeit dann eine Schneise machen, einen Weg, um hier jetzt vernünftig fahren und laufen zu können. Das Problem ist ja dann bei Hochwasser, dass man hier vielleicht auch mal mit einem Fahrzeug dann langfahren muss. Und ihr seht diese unteren Dünen-Teile, die werden begradigt. So und so sieht das weiter vorne aus. Also richtig mit schwerem Gerät. Ich kann mich nichtwendig. So jetzt... So sieht das dann aus. 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 So, das war's dann. So sieht das dann aus.